Basel ist eine Gegend, eine Stadt, wo es viele Talente gibt. Sie haben hier Novartis, Roche, Landsat und da gibt es auch die Universität. Biotech ist alles über Innovation und Innovation braucht talentierte Leute, ja, People. Deswegen haben wir uns natürlich für europäische High Quarter für Basel entschieden. Ich habe hier in Konstanz studiert, das ist unweit von hier. Ich kenne diese Gegend ja ziemlich gut.